Es ist irre, oder? Es ist irre, wenn ich dann noch so mache, ist die Illusion perfekt, aber ist alles fake. Ja, das Lied ist ein Stimmungslied, sag ich auch vorher am besten. Das Lied heißt der Luftballon-Song. Luftballon-Song, das reimt sich. Und ja, es ist ein Lied gegen die Krise, ein Antikrisen-Stimmungslied, der Luftballon-Song. Ja, geht auch gleich los, drei, vier Minuten noch. Es ist so, die Akkorde, also der Rhythmus ist vorgegeben, das ist in diesem Fall Rhythmus 11. Die Akkorde werde ich selber einspielen, ich habe die Akkorde 1 bis 7 hier beschriftet. Diese Tasten hier werden nicht gebraucht, aber sie gehen. Okay, und dann können wir auch gleich anfangen. Achso, ein Hinweis noch. Bei diesem Lied singt das Niveau. Beim ersten Mal habe ich das auch nicht verstanden, aber wenn man es dann hat, dann ist die Freude groß. Okay, wir fangen an. Luftballon-Song, bei drei geht's los. Eins, zwei und drei. Die Erde ist eine Scheibe Käse, das Leben ist kein Bumms-Konzert. Auf einen Deutschen kommen zwölf Chinesen, ich sag mal besser so als umgekehrt. Ich glaube oft, ich kriege gleich die Krise. Und dann lese ich, sie ist schon längst da. Manchmal wünsche ich mich auf eine Wiese. Und wenn du kommst, sag ich dir klipp und klar. Bitte, bitte, blass mir ein Luftballon auf. Bitte, bitte, blass mir ein Luftballon auf. Bitte, bitte, blass mir ein Luftballon auf. Ich bin so schlecht drauf. Dankeschön, das war die erste Strophe. Vielen Dank. Toll. Die erste Strophe. Die erste Strophe ist ein Knaller. Aber nur, wenn man die zweite kennt. Also... So, im Verhältnis. Okay. Luftballon-Song, zweite Strophe. Bei drei geht's wieder los. Ein, zwei, drei. Und... In meinen Haaren find ich immer etwas Suppe. Ich kann auch ohne Schnaps nicht lustig sein. Warum macht man Sport meistens in der Gruppe? Aber Sex fast immer nur allein. Die Leute sagen, wahre Schönheit kommt von innen. Ich hab nachgeschaut, ich glaub das eher nicht. Vor der Dummheit gibt es kein Entrinnen. Gegen Klugheit gibt es Trauke Ludowich. Also bitte, bitte, blass mir ein Luftballon auf. Bitte, bitte, blass mir ein Luftballon auf. Bitte, bitte, blass mir ein Luftballon auf. Ich bin so schlecht drauf. So, jetzt kommt der Mitmachteil. Mitmachteil heißt... Mitmachteil heißt für euch mitmachen. Ähm, und zwar geht es so. Es geht um Mitsingen. Die Männer beginnen und die Männer fangen an und... Ja, und die Frauen kommen später. Also... Wenn überhaupt. Also wie zuhause. Okay, bei drei. Bei drei nur die Männer und singen und dann sag ich schon, wenn die Frauen singen. Also geht schnell dann. Bei drei nur die Männer und dann sag ich schon. Okay, bei drei, eins vor drei. Und die Männer und bitte, bitte, blass mir ein und die Frauen Luftballon auf. Und die Männer, bitte, bitte, blass mir ein und die Frauen Luftballon auf. Und die Männer, bitte, bitte, blass mir ein und die Frauen Luftballon auf. Und alle, wir sind so schlecht gelaunt. Dankeschön!